Meinst du es für den Sinn machen, für Seven vs. White das Sonnencreme mitzunehmen? Ich mein das ernst. Ich hab aber nur 4 Gegenstände. Du hast 4 Gegenstände. Nimm mir einfach 4 Messer mit. 4 Messer. Okay, mega gut. Einfach als Eingegensteller, wenn du noch ein Mensch mit dazu gehst. Ich würde auch meine Mutti mitbringen. Würdest du sagen? Ich? Mit 4 oder mit 7 Menschen. Alleine. Das Problem ist, die Gegenstände jucken mich gar nicht. Sondern die Situation. Nee, das find ich eigentlich nicht schön. Das verängst. Das ist auch nicht schön. Also wirklich. Gegen die Palme, auch von der Palme mit der Palme. Aber ich würd auch filmen, wie gesagt. Ja, save it. Und dass die Kamera so richtig live. Ich film das so richtig ohne den Schwinkel. Ja, er hat Vater das Material gesichtet. Und der schneidet da so. So, wer schneidet heute Kevins Part? Ich filme auch nicht so 2 Stunden nur, wie ich mein Schwanz crack. Es hat immer nur so ein bisschen. Und dann filme ich wieder, wo ich so normalen Shit mache. Dass die wirklich durch jedes einzelne Bit durch müssen. Ja, die Hälfte von Kevins kannst du wegschmeißen. So, ja. So, ich mach meine Tagesaufgaben. Ja, genau. Immer so zwischen den Sätzen, Dinge. Beim Moderieren, so. So, was machen wir heute? So, das wär so fucking nice.